Ich kenne auch viele, ich bin ja auch mit einigen Let's Playern befreundet und schreibe mit denen immer mal und die du halt nicht kennst und die sind eigentlich alle nach und nach zu streamern geworden. Gibt's ja mal, gibt's ja glaube ich die, die, das hat sich ja, ja man sagt halt das irgendwie, der Stream eigentlich der nächste große Schritt ist nach YouTube. Nennste? Weil der Vorteil bei YouTube ist ja, du kannst es ja immer wenn du Lust hast, beim Stream ist es ja wie Fernsehen quasi dann wieder. Naja kannst du auch streamen wenn du Lust hast. Ja, aber du musst es ja dann live gucken, also du verstehst du, weil YouTube guckst du auf Pause. Ja. Deswegen glaubst du dann, dass Stream der nächste Schritt ist? Weiß ich nicht, Stream ist noch interaktiver. Du kannst ja sofort mit der Community in Kontakt treten. Das stimmt schon. Es ist halt, es ist halt, aber schätze ich mal, es ist halt auch die nächste Stufe des Fernsehens wahrscheinlich. Ja, Fernsehen ist auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, ich glaube auch, dass, dass viele ja, äh, streamen oder nur streamen oder ne, buy streamen, nämlich was sie sonst machen. Der hat früher nicht gestreamt. Ja, jetzt buy streamt er fast nur noch. Er hat gesagt, dass er das nicht machen wird, weil er das irgendwie nicht gut findet. Weil er keine Lust zu hat. Und jetzt hat er gemerkt, dass damit, äh, man doch seine Zuschauerschaft meiniges vergrößern kann oder so. Ja, da macht er jetzt immer seine Live-Let's-Play, so nennt er es. Finde ich voll gut. Ja. Ich war einmal kurz mal drin, ja. Das cool ist aber auch, dass das, ich hab das nur gesehen, weil ich grad bei Conk irgendein Video angeklickt hab. Und da stand unten bei, ähm, YouTube in der Ecke, Conk streamt gerade. Und da war ein Link. Das war übelst cool. Geht das irgendwie einzustellen? Na klar geht das einzustellen, aber ich war total gebufft, dass das funktioniert. Was genau, Pi? Na, dass du jetzt, wenn Conk auf Twitch streamt. Ja. Und du auf YouTube irgendwie Video von ihm grade anklickst, dass dann eingeblendet wird, dass er grade streamt im Video. Ja, das geht. Du kannst YouTube und Twitch ja, glaub ich, miteinander verknüpfen. Ja, und dann hab ich dann gesehen, oh, okay, hab's draufgeklickt, was ich direkt dann weitergeleitet zu ihm. Das ist geil. Ich hab jetzt keinen Bock gehabt zu gucken, aber ich war trotzdem beeindruckt. Ich verstehe aber auch die ganzen Insider nicht. Die lachen sich doch teilweise über irgendwas kaputt. Die spamen dann auch irgendeinen Name, wenn irgendwo ein Hund gezeigt wird in irgendeinem Let's Play. Und ich verstehe nicht so ganz, was das bedeutet. Das weiß ich auch nicht so ganz. Ja, das ging ja mal übelst drauf ab, aber ich bin da nicht so drin. Dass ich das checke. Was ich schade finde, dass die YouTube-Community immer jünger wird. Aber nicht älter, gleichzeitig. Also, verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja, mein Gott, ich glaub, YouTube unterliegt ja genau in so dem demografischen Wandel wie unserer Gesellschaft auch. Ja, ich find's halt schade, weil... Nur, dass unsere Gesellschaft wahrscheinlich immer älter wird. Ja. Es ist halt eben immer schwerer, halt eben Gleichalte zu finden. Also, es ist immer noch leicht genug, aber auch die ganze Entwicklung da von dem, was erwartet wird von allen auf YouTube und so. Mhm. Was die Leute sehen wollen. Das prächtet sich ja auch halt eben entsprechend ans jungen Publikum. Und anscheinend... Das ist okay. Ich find's auch gut, dass man halt ne... Dass man halt versucht, seine eigene Zielgruppe irgendwie so ein bisschen anzusprechen. Und nicht irgendeine andere. Also... Ja, aber... Dann würdest du jetzt allerdings auch bedenken, dass die Zielgruppe der Jüngeren natürlich auch wesentlich größer ist. Das kommt drauf an, was für Ambitionen man hat. Wie meinst du das? Naja, wenn du das in den großen Erfolg suchen willst mit hoffenweise Klicks und Fame und hala tralala, dann musst du natürlich die jüngere Zielgruppe ansprechen. Die Frage ist aber... Wenn du natürlich einfach nur Content produzieren willst, der von einer Kernzuschauerschaft geguckt wird, dann kannst du natürlich auch nur für deine Zielgruppe produzieren. Das heißt aber auch, dass du dann sozusagen Viewtechnik zurückstecken musst. Die Frage ist jetzt an der Stelle, wie produziere ich denn Content jetzt zum Beispiel für eine jüngere Zielgruppe? Was müsste ich denn dafür jetzt machen? Dann musst du dir angucken, was es so für Trends auf YouTube gibt. Ja, Minecraft auf jeden Fall. Aber jetzt sind nicht das, was wir machen? Ja, ich glaube, ein Trend ist ja auch eher so mehr... Longboard fahren müsste ich... Ja, Longboard fahren, Lifestyle... Du musst das irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt so genau beschreiben soll. Was jetzt genau Trend ist. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Ich bin irgendwie so alt. Ich bin... Ich merke das selber irgendwie. Ich merke das... Ich habe früher... Äh... Vor... 5, 6, 7 Jahren... Aha. Da gab es das schon? Ich bin 25 Jahre. Ich mache jetzt noch Spaß. Und YouTube hat so angefangen, da war ich... 16 ungefähr. So, da hat das alles angefangen. Da hat man sich mal lustige Videos angeguckt und das war es aber auch schon. Ja. Und ich glaube, so richtig aktiv YouTube gucken, das hat bei mir so mit 18, 19 angefangen. Da wurde es dann auch... Da ging es dann auch so los, dass wirklich aktiv Content produziert wurde. Da hast du ja wirklich schon früh vor mir angefangen. Ja, ja. Ich habe... Ich weiß gar nicht wann ich damit angefangen habe. Da war ich. Ich wies es gar nicht. Da war ich auf jeden Fall und da habe ich auf jeden Fall noch Abi gemacht. Da war YouTube auch eher noch so amateurhaft. Ja, da habe ich... Ja, da habe ich... Da kannte ich... Da habe ich gerade das mit den Spacebook angeguckt... äh... Gucken angefangen. Da war der einzige Netzbär, den ich kannte, Kronk. Und dann habe ich dann irgendwann Trash Tasmani geguckt. Und dann habe ich das dann alles so entwickelt. Das ist dann immer mehr und mehr. Ich weiß gar nicht, was ich denn... Der erste Netzplayer, den ich geguckt habe, war... Tenpin Master. Kenn ich gar nicht. Tenpin Master, der... Der war eigentlich ganz cool. Der war eigentlich so ein ganz normaler Typ und der hat so... Das ist gar nicht mehr, wo ich lang soll. Wollen wir mal wieder an die Oberfläche? Der hat... Der hat so Horror-Games gespielt. Ah, okay. Äh... Ja, was? Soll wir wieder an die Oberfläche mal? Kannst du gern machen. Du musst nur noch zurück zum... Hast du schon hochgebaut, fertig? Ja. Ah, okay. Gut, dann gucke ich mal. Lass dir weiter. Äh... Der hat so... Horror-Games gespielt. So Resident Evil und Silent Hill. Ja. Und durch Silent Hill von ihm, Let's Play, bin ich auf Yana gekommen. Ja, ich bin auch über Silent Hill auf Yana gekommen. Weil das da halt nebenan in den Videos dann vorgestellt wurde und da hat sie dann... Silent Hill... Origin gespielt. Was kann sein? Oder Homecoming? Weiß gar nicht, Origin. Ich hab bloß, ich hab bloß... Sogar bei der Island Spy angefangen oder... Ne, oder? Ich weiß gar nicht, hab ich angefangen. Da war ich dann übelst... Im Silent Hill-Hype. Im Silent-Hype. Im Silent-Hype. Im Silent-Hype. Fand ich das ganz toll. Mach dich ja. Also gerne, glaub ich auch noch... Erst nur 30 oder 40.000 Abos oder so. Oh, wir sind hier? Ja. Joll. Wie geil ist das denn bitte? Können wir da auch noch einen Weg hochbauen? Hm? Können wir da auch noch einen Weg hochbauen? Ähm. Wurschtest du mal mein anderes Zeug? Ich versuch hier mal alles so ein bisschen zu retten. Na was, ich weiß nicht. Da haben wir uns halt eben abends dann da ins Bett gelegt und haben halt eben Sims geguckt von Kronkh. Also hier Sims 3. Mhm. So, okay. Oder wenn ich krank war, da hab ich da irgendwelchen No-Name Leuten dazu geguckt, wie die... Ich hab einfach Let's Play eingegeben und einfach irgendwas angeklickt, was gut aussah. Ja. Dann hab ich da irgendjemanden zugeguckt, da der Let's Play König der Löwen für... Was jetzt ist? So zwei Ideen, noch ganz alt. Und dann ist aber... Ach, cool. Ja. Ich hab gar keine Ahnung. Ja. Ich weiß. Edik hat ja zum Beispiel mit Emero angefangen. Das fand ich ja ganz toll. Wo sind die Dias? Die sind in der Kiste mit den... Achso, in der anderen Kiste. Ja. Da sind... Äh... Metall... Metall drin und so. Oh, Bone Meal. Oh Gott. Ist das viel. Und das Inventar ist schon voll. Die Dias kommen auch noch mit. Ich muss sagen, ich hab aneinander mal früher auch viel breit gefächerte Videos geguckt, als heute. Ich hab Wissen geguckt und Gaming und Comedy und... Wirklich? Creative Kram. Und... Ja, ich hab jetzt so viel... Früher hab ich viele Floyd geguckt und... Äh... Äh... Alle kannten den immer außer ich. Ich... Irgendwie gegen Live Floyd Datei mir vorbei. Und... Apple War Pictures hab ich geguckt und... Und... Ich hab... Äh... Ja, das war halt so Klamauk. Das fand ich... Das fand ich witzig. Ich hab... Was gucke ich denn? Ich gucke... Nur heute ist es halt größtenteils noch Gaming. Weil ich mir den ganzen anderen Kram einfach nicht mehr geben kann. Ich gucke sehr viel... Vielleicht... Vielleicht bin ich zu alt. Ich gucke fast nur Let's Plays. Dann gucke ich ein bisschen... Ja, sowas wie Herr Doktor Allwissend. Ja, den gucke ich auch noch gerne. Äh... Oder halt auch so... Zum Beispiel kennst du Wissen2go? Ja, kenn ich. Den gucke ich. Ähm... Oder halt hier KuchenTV, was ich schon mal erzählt hab. Den gucke ich. Ich muss grad zu überlegen, das war's. Und das hat eben wirklich noch Let's Plays. Glaube ich. Hm. Oder ja, so irgendwelche Fan-Animationen oder so. Übrigens der Kotze ist irgendwelche Synchros. Also wenn ich grad wieder mal irgendwie so ne Phase habe, irgendwelche alten Werbespots oder so ne Scheiße. Hä, wie komm ich denn hier rum? Wo muss ich denn lang? Scheiße. Weil die noch so übelst großkutzig auch hier sind wir. Und jetzt weiß ich gar nicht wo ich lang muss. Oh. Meine Phase. Okay, ich baue mich da hoch. Ich geh wieder zurück. Ich hab auch schon überlegt, ob ich da so mal auf den Minecraft Trend ein bisschen aufsteige und dann mal so andere Sachen mache. Super Spiel. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, was es da alles so gibt. Ich hab da gar keine Ahnung von. Scheiße. Wo ging's jetzt hier in die Höhle rein? Das sind jetzt nicht so diese... Da vorne. Adventure Worlds oder... Irgendwie so Trouble in Terrorist Town und... Ich hab keine Ahnung. Trouble in Terrorist Town ist aber was anderes. Ist das nicht Minecraft? Mhm. Oder Trouble in... Oh, wie heißt denn das? In Minecraft... In Mineville war's. Ja, genau. In Terrorist Town. So ganz viel so lustiges Zeug halt. Was alle so ganz toll finden. Das Problem ist aber, dass... Ich wollte auch damals aber unbedingt hier Minecraft Hunger Games mal spielen. Aber hab nie jemanden gefunden, das mit mir macht. Ja. Weil ich das nicht alleine machen wollte. Die ist ja ganz witzig. So das zu machen. Ich hab mir da... Ich leg irgendwie auch gar nichts mehr hoch. Du kennst hier minecraftexpert.de. Eine Zeit lang habe ich ganz intensiv bei dem auch immer geguckt. Ich hatte immer auch Hunger Games von Minecraft hochgeladen. Und das echt... Das ist wirklich ein Minecraft-Expert. Was der für Scheiße macht. Und denkst du dir dann immer so... What the fuck? Wie er da überlebt. Da ist ja irgendwie, übertrieben gesagt, so 100 Blöcke in der Luft. Und springt einfach runter. Und tut ein Pixel genau runterspringen. Und sich irgendwann hier an Baumanns oder Liane da festhängen. Und wieder nicht stirbt. Und nur so'n Scheiß, ne? Da denkst du dir... What the fuck? Ich hab früher... Äh... iPod-Mail geguckt. Der hat jeden Tag für Minecraft ein Mod vorgestellt. Ah ja. Ich glaube den kennen... Also vom Hören... Also nicht vom Hören, aber... Ich... 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 ...dann... Diese kleinen Wesen. Aus Clay. Auf! Ja. Die du selber machen kannst. Also, in... Du hast halt so'n Batzen Lähmen. Und den kannst du dann mit, äh... mit, mit, mit Farbe färben. Und je nachdem, wie du ihn färbst, desto verschiedene Lehmmännchen kriegst du. Und die haben ja alle verschiedene Fähigkeiten. Es gibt rote, grüne, blaue und gelbe, glaube ich. Und dann kannst du denen noch Waffen geben. Da gibt es ihnen halt Sticks, da haben sie so kleine Sticks. Oder wenn du ihnen dann auf so Flint hinwirfst, dann packen sie das Flint auf die Sticks und haben kleine Speere. Oder du kannst aus Papier dann Papierpferdchen ausschneiden. Und wenn du denen Papierpferdchen hinwirfst, dann reiten die auf kleinen Pferdchen. Das ist irgendwie creepy. Und wenn du einen Goldbarren hinwirfst, dann nimmt den einer und hat eine Krone auf. Dann ist er der König, der kleine Männchen. Und wenn ein Monster kommt, dann greifen die das Vieh an. Das klingt so creepy. Ich glaube, dass das dir gefällt. Das Beste ist, du kannst dir noch so eine Fairmilion craften. Dann kannst du die so steuern, wie die Pigmen zum Beispiel. Ich würd grad sagen, wie bei Pigmen. So eine Horde, einfach so hin und her schicken. Das ist total toll. Juhu, ich hab die Music Discourse gebracht. So, jetzt kommt das Schwierigste. Ich muss den Eingang von der Höhle wiederfinden. Ich wünsche mir Glück. Viel Glück. Danke. Juhu. 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 Juhu.